Eine neue Runde und vielleicht kommt diesmal etwas weniger OP-mäßiges. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, denn letztes Mal war... Ich will diesen Skin so gerne haben. Die Sache ist, ich sehe ihn und ich denke sofort, Mann, das ist Pudding von Space Channel. Mit Ulala und so, das ist Pudding. Das ist die Gegnerin, ja. Ah, das sieht so cool aus. Ich mag dieses Grün-Lilene gerne. Dieses Gift-Grüne mit diesem Lila, das hat einen schönen Kontrast. Das hat einen sehr, sehr schönen Kontrast. Mal gucken, was jetzt gemacht wird. Ich hoffe mal etwas mehr Spannenderes. Ich will mir Lux bangen, einfach aus dem Prinzip, weil ich Lux nicht mehr haben möchte. Lux hatten wir schon mal und werden Lux schon mal, deswegen will ich nicht Lux haben. So, ich weiß glaube ich nicht, wie ich wähle. Ich werde einfach wieder, wenn ich Rande mache, weil ich mein Wen nicht haben möchte. Hm. Ich fände immer Seraphine, ich fände Seraphine lustig oder Samira halt auch was. Senna wäre vielleicht auch spannend. Kaisers, kann man auch gut spielen. Keiner will Jumi haben. Keiner will Lux haben. Guck mal. Wir haben uns geeinigt auf etwas, sehr schön. Ich mache wieder das Generator. Weißt du hier, nein? Kassi, nein? Sag, ich hatte auch einmal Lux im Kopf. Äh, hier Lulu im Kopf. Ich gucke mal, was kommt da raus? Shivana? Shivana ist auch spannend. Rhythm, Sion, Sona, Lissandra, Anivia, Vega, Maokais. Shugats, Sichwanis, Kiana. Nein, ich habe Kiana erst gewählt. Ich bin nicht Kiana, ich bin nicht Kiana, ich bin nicht Kiana. Oh, Varus. Das ist spannend. Wir können nur, wir können nur poken. Dauerpoken, mehr machen wir nicht. Dauerpoken. Okay. Aber ich glaube, ich spiele dann AP Varus. Glaube, ja, ich spiele AP Varus. Aus dem einen Grund, ähm... Ich bete keiner. Es wird keiner spielen. Keiner wird AP Varus spielen, weil alle wissen, alle wissen, das ist so dumm. Aber ich will spielen. Weil ich finde, ich glaube, da kann man richtig coole Sachen machen, gefühlt. Ich brauche einen coolen Wort dafür. Welcher Wort passt zu ihm? Ich glaube, zu ihm passt dieser Gruftengel-Wort. Ja, das passt zu Varus. Oh mein Gott, das wird spannend. Oh mein Gott. Varus, wirklich? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das wird ja spannend. Au, au, au. Das tut weh, das tut weh. Ach, mein Auge. Mein Auge, mein Nasio gerade gleichzeitig. Oh, hohohohohoho, nein. Oh, nein. Oh, nein. Die Torwächterin, die Füchsin, die Kumaya, das alles im Namen für den Geist, der während des Seenblumenfestes gefeiert wird. Oh mein Gott. Können sie die Charaktere spielen? Nein. Okay, können wir unsere Charaktere spielen? Nein. Geht. Geht. Die beiden die Skins haben, ja. Die anderen auch nicht. Oh mein Gott. Ich meine, ja, wir haben die höhere Range, wir haben besseren Poke, aber das sind Blitzcranks. Die grabben uns, wir sind tot. Gefühlt, wenn zwei uns grabben. Oh nein. Oh, es gibt mehrere, die Magie gemacht haben. Warum haben wir jetzt mehrere, die Magie gemacht haben? Haben wir jetzt mehrere, die AP gehen? Nee, oder? Ich will AP gehen. Mal gucken. Wer kauft so die AP-Sachen von denen? Das würde mich interessieren. Ich gucke jetzt, was sie machen. Okay, ja. Oh, okay. Yo, ich bin an, sieg auf hier geht. Oh. Geht er hin? Er geht Mitte? Geht er Mitte? Ja, er geht Mitte. Okay. Gut, ich habe also den, äh, ich habe ein AD bei mir, das ist gut. Ich habe ein AD bei mir, das ist sehr gut sogar. Weil dann habe ich ein, habe ich AP und er hat AD. Das ist spannend. Hi. Meine Auto-Tanks brauchen jetzt nicht mehr Schaden. Oder? Ja. Yeah, tanzen wir. Wuhu. Wir tanzen, wir tanzen. Wo sind die Blitzcranks? Wo sind die? Ne, ernsthaft, wo sind die? Nein, ernsthaft, wo sind sie? Okay, da ist einer. Der sofort hartkommen muss, wo es auf ihn geht. Ich meine, macht Sinn. Aber ich, ich meine, ja, macht Sinn am Ende, aber, hm, ich weiß ja nicht. Ich meine, Autics machen jetzt mehr Schaden. Ist doch schön. Flick. Flick, oh. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er da drin ist. Ah, ich wusste es. Musste weg. Ah, ich wusste es, dass sie es machen würden. Okay, er kommt wieder. Wenn wir Ulti haben, sind wir besser dran, ja. Wir brauchen erstmal Ulti, dann geht das. Auf jeden Fall. Wohl. Ich weiß ja nicht so richtig, ob das überhaupt was wird. Steht da hier eins? Wow. Wow. Flup. 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 Wir machen die fünf Schaden. Also maximal fünf Prozent, fünf Prozent des maximalen Lebens. Das klingt nach März, das ist irgendwie das Gefühl. Das klingt nach März, das ist. Oh, mein Bein verfehlt. Sehr schön. Hauptsache. Pass auf, der ist, wird gleich schön angelaufen. Komm und graben wahrscheinlich. Versuchen. Da ist ein Busch drin, das weiß ich jetzt schon. Ja. Da ist ein Busch. Dammit. Au. Wieso? Jetzt kannst du machen. Komm. Wir kriegen dauernd ein dummes Schild in der Erde. Wir kriegen dauernd ein dummes Schild dazu. Ah. Nicht, was man haben will. Ich meine, ein Kill kann er denn kriegen, wenn er gut ist. Nein. Die haben schon Ultis. Der eine hat schon 3-0. Ich will keinen Zweifel, ich will keinen Zweifel, Tobi, hallo? Leben will ich auch haben. Meine Ulti macht Schaden. Ich seh. Äh, jetzt. Okay, der Ober hat gute Chancen jetzt. Der Ober hat sehr gute Chancen. Wer sie jetzt trifft. Mit dem... Ah, keine Ahnung, keine Ahnung. Und nach wann kann er sich leisten. Das ist kein Schaden. Oh mein Gott, der Answer wird's... Ah, sehr gut. Der Midlane macht gut. Der Midlane macht's recht gut. Muss ich mir sagen. Ich hab Angst vor unseren Leuten. Ich hab... Wir haben jetzt Ulti. Das ist cool, aber... Das war's auch. Das war's auch. Okay Wie verpäert er einen schon? Oh, der hat eine Menge AP schon Jesus, den müssen wir ausschalten Das ist der Hauptcharakter, der weg muss Der muss weg Der muss sofort weg, wenn es geht So, das verkauf ich erstmal Das ist von mir jetzt gerade eh nichts Das muss ich haben So, ich weiß nicht, ob AP Varus was bringt Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist Ich weiß nur, was ich versuchen möchte Mehr kann ich uns nicht sagen Ich meine, Toplane macht einen guten Job Midlane macht auch einen guten Job Mal gucken, 0, 2, 1, 0, ja Toplane Und wir Okay 1, 2 und 0, 3 Stich 0, 3, nicht wahr? Nee, Stich 1, 2 Cool Okay Er hat sein Blitzgang gefunden Das ist gut Ich wusste es Also irgendwann wusste ich, dass er oben landet Ich wusste es einfach Das war so klar Das war mir gerade sauer Dass ich nicht geahnt habe, dass er oben ist Ich... Okay 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 Schuhe Oh, als wird er von Tower getötet Oh mein Gott, so schlecht Nein, es war nicht seine Schuld Es ging einfach nicht Oh Mann Warte, geht das jetzt? Fokussiert das auch schon damit? Ach, ich kann es aktivieren Oh Oh, danach hat es einen 40 Sekunden Cooldown 40 Sekunden Cooldown, das ist eine Menge Muss ich gestehen Nope Nope Geh weg Ist das jemand, der AP hat? Geht Ja, ich würde sagen, wir wissen, dass es älteren ist Ich gehe mal wieder hier oben hin One Nicht, dass wir uns wieder grabben lassen von einem von denen Ist das denn ernst? Ernst Soll er uns jetzt Hier Ne, von denen lassen wir ihn nicht töten Ich habe ihn clear gemacht Hurra Nice Wer ist das, der Top-Laner oder wer fehlt Wer ist gar bei uns hier zugange Wer ist gar nicht am helfen Weiß man gar nicht Tower, Tower, Tower Tower, Tower, Tower Tower, Tower, Tower Tower, Tower, ja Okay, Tower ist down Oh mein Gott, jetzt kommen die Skranks überall Ich finde schon, dass ich kein Wunder, dass ich AP gehe Das finde ich sehr schön Alle denken so Ah, die geht AP, okay Also Keiner denkt sich Hä, was? Was? Finde ich sehr gut Keiner denkt sich Hä? Wieso geht die AP? Was stimmt mit denen denn nicht? Alle denken so Ah, die geht AP Okay Punkt Einfach nur Okay Warte, ich gehe kurz Kann ich mir ein Wort kaufen? Da Ich habe Sie haben wir unsere Länge schon gewonnen Ich tue die meist mit da rein Okay Ich bin noch im Weg Alles klar Kommt hier Sehr gut Ich gehe kurz zurück Weil ich gerade Leben brauche Obwohl Ich habe Mana eigentlich Ich habe Ich habe Ich habe AP-Schaden Ich glaube hier stehen Ich hoffe, dass der Biscount zu mir kommt Wenn ich dann Nice Es sind zwei von denen, das ist ungefähr. Es sind wahrscheinlich mehr. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier. Ich bleib hier stehen. Oh Gott, das war so knapp. Ich wäre fast in mich reingelaufen. Oh, da ist was. Da kannst du richtig riechen, da ist jemand. Ja, ich rieche es doch, da ist jemand. Ich bin ein bisschen reingelaufen. Ich bin ein bisschen reingelaufen. Ach, sehr gut. Cool, du bist auch da. Ach, sehr gut. Ein weiterer Ravaros. For a cause. Another one. For a cause. Ich muss das. Okay. Okay. Nice Wie so eine richtige Wie so eine richtige Wie so eine richtige Armee war das gerade Wie so eine richtige Armee Oh Gott der Nächste schon Der Nächste schon wieder Der Nächste Blitzcrunk Nice Oh yeah Hast du den Damage gesehen? Oh Ja das war nicht so schlecht Wollen wir gleich mein Item fähig haben Oh gleich was heißt gleich Ich hab zwei Kills Sag ich gleich jetzt die beiden wir verkaufen Kaufen wie gesagt Und wir dafür Eins von das hier schmauern Und dann das da Cooler Redaktion Mehr cooler Redaktion Ich brauche mehr cool auf meine W und meine Die macht zwar eine 400 Schaden Aber da mache ich 28 Leben weg Oh mein Gott Was ist das denn da hinten Jeder Bullshit Okay Nope Alter Oh no Da wurde ich auseinandergerissen Richtig Da wurde ich eisgäu auseinandergerissen Bam Tod Nicht der Wolkendrache Die haben doch schon so kurz Ultis Die haben doch schon so kurz Ulti Cool Downs Was sollen die noch haben? Wie viel kurz soll man sie noch haben? Bitteschön Ich meine er lebt noch Jetzt lebt nicht mehr Ich muss sagen er lebt noch Jetzt nicht mehr Jetzt Junge pass auf Wenn du nicht grabt wirst Oh nein Oh Man macht doch niemals Teleport Bei Blitzcranks Die wissen doch sofort Du bist Die gehen doch sofort drauf Und reißen dich weg Das ist doch offensichtlich Oh nein Ich habe das Gefühl Mein Item Build Ist vielleicht der beste dafür Die machen schlauer Die machen Lethalty Ich sitze hier mit meinem AP Ich meine cool Ich meine der Schaden ist nicht schlecht Aber er ist auch nicht gut Das ist die Sache Er ist ja nicht schlecht Er ist auch nicht gut Das ist das Hauptproblem daran Der Schaden ist nicht schlecht Er ist nicht gut Fang den Get him Run Dün 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 Es ist halt ungelungen Es ist einfach dieses Run-Meme Mehr ist es nicht Es ist einfach nur dieses Run-Meme In HD Der laufen ist Weg vom Weg vom Blauen Weg vom Blauen Weg vom Blau So Ich bin da Wir sind da Ich mache 161 extra Schaden Die Sache ist Ihr müsst einfach nur darauf achten Dass ich Dass ihr die irgendwie kriegt Wenn ihr die ultiht Kann ich die Mit meinen Fähigkeiten Schaden machen Ach siehst du wer meinen Der verteidigt das gut So So Okay Jetzt sind wir gerade gestorben Jetzt müssen wir Verteidigen Wir sind auch weit durchgekommen Wir sind sehr weit durchgekommen Auf jeden Fall Müssen wir auch verteidigen Ne Was machen wir denn jetzt Sloan wäre cool Glaube ich Aber hier ist Das andere Wo ist das hier Na Das Wäre cool Für mich 300 AP Die Diese ulti Zieht jetzt 500 Und damit mache ich Damage 35% des Lebens Ja Hauptsache AP Varus Das ist dumm Ey Wieso spiele ich den Blödsinn Ich meine Die anderen sind Die anderen stehen gar nicht so viel besser als ich Wenn du guckst 4-4 4-6 4-9 Die beiden stehen halt gut Und das sind halt die Die Skins haben wahrscheinlich Oder Uncool Und Lackstock Ja Das sind wahrscheinlich die beiden Skins haben Ne Ne Gar nicht Uncool hat kein Skins Ich war Uncool hat nicht mal ein Skins Gefühlt Ich werde helfen Ja ich habe geholfen Ich denke ich helpt Ich denke ich helpt Die Ulti hat sich auch Ausgemacht Oh Ich muss da ein bisschen auf achten Wo die Gegner lang laufen Das soll ein Zeichen sein Okay Er ist geflasht Er ist auch tot Er ist auch tot Wie das passiert Ja Er sagt Baron Er sagt jetzt Ja Ach der Der Biss kommt mal wieder Alles gut Alles gut Leute Ich habe eine Ulti Ja Wir haben gewonnen AP Varus AP Varus AP Varus Ah wie doof Ist das denn AP Varus Oh Ich hätte nicht gewinnen dürfen Ich schäme mich dafür Ja wenn es funktioniert Wenn es funktioniert Wie Minus 4 6 Ich will gucken Warte Ich will gucken mit Damage Ich war gut dabei Normaler Schaden War ich trotzdem höher Als der eine Normaler Schaden Ja weil ich es gut höher Als manche Blitzquinks Von denen Ja das war ein Sieg Für mich Das finde ich gut Ich bedanke mich Fürs zu gucken Actually Nein tue ich nicht Also doch Ja doch Tue ich Also doch Ich bedanke mich Ja logisch Klar Aber ich glaube Ich will noch mal kurz Gucken was in der Kapsel drin ist Wenn ich sie finde Ach Beute Galio Und Ramos Ramos Das war es Das war es Gut dann Ja ich bedanke mich Fürs zu gucken Und bis nächstes Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tief